Ich war an der Ostsee und hab ganz viel Zeitholz geblieben. Es gibt aber an der Elbe tatsächlich auch wirklich sehr schönes Zentrum. Da sind wir so ein bisschen richten Radaröl. Ja, da gab es ein bisschen Radaröl. Ja, da müssen wir mal nach vorne kommen. Da haben wir auch so einen richtig schönen, langen, ganz hellen... Das sind ja einfach dann quasi...